Die Essenz des Lebens Langsam bewegte sich die Gruppe unter der Führung von Lucy und Tami zu der kleinen Tür, wobei ihre Blicke jedoch den Raum durchstreiften und die Abbilder der Fensterporträts betrachteten, wie sich ihre vielfarbigen Lichtscheine den Weg durch den Raum bahnten und dort ihre bunten Schatten warfen. So erreichten sie die Tür, an der sie kurz verharrten. Tami blickte Lucy an, da dieser verunsichert zu Boden schaute und fragte sie Was hast du? Bedenken Lautete ihre knappe Antwort Du glaubst, er wird sich fürchten, nicht wahr? Sie nickte Aber? Fügte Tami hinzu Er ist ein Priester, er sollte mit Geistern vertraut sein. Zudem haben wir jetzt den weiten Weg gemacht. Ach, wir stehen kurz vor unserem Ziel. Sollen wir jetzt einfach aufgeben und umkehren? Ich meine, Necron und die anderen zählen auf uns. Da müssen wir es doch wenigstens probieren. Siehst du das nicht auch so? Doch, doch Sprach sie eilig, ehe sie fortfuhr Ich will dagegen ja auch gar nichts sagen, aber meine Intention sagt mir, dass es schief gehen wird. Tami schaute sie streng an. Sie hielt den Blick nicht lange stand und sprach daraufhin nickend Ich sehe es ihr ein. Lass es uns versuchen. Tami musste lächeln. Er fand ihren unsischen Blick irgendwie süß. Er wandte sich zu den Geisterkriegern um und befahl ihnen Okay, wir gehen rein und versuchen mit dem Priester zu reden. Ihr haltet hier draußen die Stellung. Es sei denn, ihr merkt, dass wir irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Dann kommt ihr sofort rein, ja? Die Geisterkrieger nickten gehorsam, aber einer trat einen Schritt hervor und fragte verwundert Sollen wir euch nicht lieber begleiten? Vielleicht wird der Priester nervös und versucht euch zu bangen. Könnte passieren, aber ich halte es für viel sinnvoller, dass ihr hier draußen wartet und wir dadurch die Chance verringern, dass der Priester nervös wird. Wie ihr wünscht. Der Krieger trat zurück und fahrte bei den anderen. Tami ergriff Lucy bei der Hand, sie blickte auf die Seen ab und dann in Tamis Gesicht, wo ein süßliches Lächeln auf beiden Gesichtern erschien. Es wird schon schief gehen, sprach Tami beruhigend. Ja. Stimmte Lucy erleichtert zu und schwebte gemeinsam mit ihren liebsten Tami durch die Wand hindurch in die Gemälde des Priesters. Diese waren eher bescheiden gehalten. Der kleine Raum, der wohl kaum mehr als 4x4 Meter im Quadratmaß, war mit einem Bett, welches bescheiden wirkte und in einer Ecke stand, einem hölzeren Tisch, an dem sich ein zu ihm passender Stuhl befand und einem kleinen Fenster, das sich neben dem Bett befand und kaum größer war als ein Kissen, ziemlich spärlich ausgestattet. Der Priester lag in seinem weißen Nachthemd und seiner dazugehörigen weißen Schlafmütze, welche einen übertriebenen großen Bommel hatte, zur Wand gedreht und schnarchte genüsslich. Die beiden Geister schwebten vorsichtig zu ihm hin und Tami tippte ihn sanft auf die Wange. Der Mann unterbrach kurz sein Schnarchen für ein kurzes Räuspern, um dann in einen tieferen Tonhöhe mit dem Schnarchen fortzufahren. Tami versuchte es noch einmal, aber diesmal rüttelte er ihn sanft an der Schulter, wobei er sprach, Euer Gnaden? Der Priester drehte sich auf den Rücken, verzog verschlafen sein Gesicht und sprach im Halbschlaf, ohne seinen Augen zu öffnen, Mit diesen verschlafenen und leicht mürrischen Worten klopfte er kurz auf sein Kissen und drehte sich wieder zur Wand hin. Tami und Lucy fahrten an Ort und Stelle, wo er auf Tamis Gesicht die Verwunderung einkehrte, aufgrund der Tatsache, dass der Priester scheinbar wusste, dass die Pfote geschlossen war und sich hier in seinen Gemäldern niemand befinden sollte, aber scheinbar jemand da war. Der Priester lag einige Sekunden auf der Seite und schien dann eben diesen Gedanken auch gehabt zu haben, weshalb er schrocken seine Augen öffnete und sich eilig in seinem Bett aufsetzte. Jetzt war erst zu erkennen, dass der Mann eigentlich noch recht jung, etwa so um die 30 war, und sein massiver Vollbart und seine viel zu früh erschienene Halbkratze den Betrachter auf den ersten Blick bloß ein hohes Alter vorgaukelte. Als er die Geister erblickte, schreckte er zurück in die äußerste Echte seines Bettes, zog die Decke bis zum Kinn hoch und sprach mit angsterfüllter, zitternder Stimme, »Was wollt ihr hier? Ihr seid doch...« »Ja, wir sind Geister.« »Wie bist du nur so schnell darauf gekommen?« unterbrach Lucy ihn rasch und gewohnt unhöflich. »Lucy«, mahnte Tami, der sich streng anblickte und sich dann wieder dem Priester widmete und mit sanfter Stimme beruhigend sprach, »Fürchte dich nicht. Wir wollen nur reden. Wir brauchen eure Hilfe.« Der Priester beruhigte sich langsam, ließ die Decke etwas locker, sodass nun sein gesamter Kopf über ihr hervorkam und dann sprach er, zwar immer noch geschockt, aber weniger verängstigt, »Wofür?« Tami merkte, dass der Priester nun langsam zu greifen gann, dass die Geister für ihn keine Bedrohung darstellten, weshalb Tami sprach, »Wir stehen einer Bedrohung gegenüber, der wir unbedingt und eiligst Einhalt gebieten müssen.« Urplötzlich schossen in Tami herum vier Sonnenblumen aus dem Boden heraus, deren Stiele sich um die Arme und Beine von Tami schlangen und ihn so festhielten. Genau in demselben Moment tauchte auch eine pechschwarze, schattenhafte Gestalt auf dem Bett vom Priester auf, die ihn mit ihren rotglühenden Augen anstarrte und sprach, »Eich, die verdammten Menschen, die ihr nach Macht strebt!« worauf eine diabolische Lache folgte, »Nicht, hup-hup-hup-hup-hup-hup-hup-hup-hup« während die Gestalt drohende ein Arm mit ausgestreckten Zeigefinger auf den, vor Angst zitternden, Priester richtete. Während aus der Hand des Schattenswesens dunkle, zähe Nebel strömten, die den Priester umwoben und in ihren Griff festhielten, war Tami bemüht, den Angriffen der Pflanzen zu widerstehen, von denen zwei ihre Blüte ziemlich hinabrichteten und versuchten, ihn mit ihrem Pollen aus dem Diesseits zu vertreiben. Lucy wollte ihrem Geliebten helfen, doch die anderen zwei Blumen hielten sie mit ihren flinken Bewegungen davon ab und griffen auch sie an. Wahrscheinlich hätten die zwei Biokryptologen keine Chance gehabt, wenn die Geisterkrieger den Tumult nicht bemerkt und unverzüglich in den Raum gestürmt wären. Eilig stürpten sie auf die bedrohlichen Pflanzen zu und attackierten sie mit diversen Schwertrieben, doch die galanten Pflanzen waren sehr agil und lichten so den Attacken aus. So verlief der Kampf eine ganze Weile. Die Geisterkrieger hatten sich um die vier Pflanzen herum verteilt und sie so umzingelt, während sich in den Pflanzen der gefesselte Tami und die eifrige Lucy sich behände wehrten. Immer wieder versuchte sich Tami zappelnd zu befreien, doch es gelang ihm nicht. Die Stiele waren sehr stabil und zugleich biegsam, sodass seine Bewegung vergeblich erschien. Allerdings gelang es den Sonnenblumen auch nicht, ihn zu attackieren, da sie ständig den zahlreichen Schwerttäden der Geisterkrieger ausweichen mussten. So ging es immer hin und her und keine der beiden Parteien schien einen Sieg davon tragen zu können. Auf einmal war mitten im Getümmel ein vergleichsweise leises Geräusch zu vernehmen. Es war ein Klopfen, das von der Pforte zu kommen schien. Aufmachen, Stadtwache! Schrie eine brummende Stimme. Offenbar hatte einer der Nachtwächter bei seiner Patrouille die geräuschvolle Kampfkulisse, die hauptsächlich aus glirrenden Klingen und kämpferischen Stöhnen und Schreien bestand, bemerkt und wollte nun eindrehen. Auch erneutes, lauteres Klopfen hiel die kämpfte Masse nicht ab. Dazu war auch keine Gelegenheit da, weil die Pflanzen überhaupt nicht auf das Klopfen und das Rufen des Wächters reagierten. Wahrscheinlich konnten sie es auch gar nicht wahrnehmen. Hey! Hier gibt es Ärger! Hol schnell Verstärkung! rief die Wächterstimme erneut, woraufhin ein werbes Knacken und dumpfes Aufprallen zu hören war. Offenbar versuchte der Wächter, die massive Furtung mit seiner Handachse anzuschlagen, was ein eher unbeholfenes Verfahren zu sein schien. Betrachtete man die große, stabile, massive Furte und den im Vergleich dazu schmalen und kleinen Wächter mit seiner Handachse, so grieche ein halbblinden Spächt, der eine rostbraune Eisentür mit einem Baum verwechselte. Nachtwächter! Wenn die kommen, sind wir gerettet! rief Tami erleichtert, während er sich noch immer verzweifelt versuchte zu befreien, während um ihn herum die Geisterkrieger ihr Bestes taten, um ihn zu befreien. Das muss nicht zwangsläufig so sein! erwiderte Lucy außer Atem, da sie immer noch mit den trügerischen Sonnenblumen rang, ehe sie hinzufügte, Vielleicht kommen wir dann vom Regen in die Traufe. Wie kommst du da? Tönte es von Tami. Eine der Sonnenblumen hatte ihm seine Stengel um den Mund gelegt und ihn so geknebelt. Das brachte Tami einen unerhofften Vorteil. Er biss zu und zog so kräftig er konnte an der Pflanze, welche auch kurz schmerzvoll zuckte. Dieser kleine Moment der Unachtsamkeit der Sonnenblume reichte aus, damit einer der Geisterkrieger einen gezielten Schwertstreich ausführen und die Blumen kappen konnte, welche, wie es sich für eine Blume mit durchgetrennten Stengel gehörte, sofort Reglus zum Boden fiel. Aus diesem Grund war nun Tami's linker Arm und linkes Bein nicht mehr gefesselt und auch sein Mund war wieder frei. Er ruckelte hin und her und zog die Pflanze mit diesem Wege vor und zurück. Diese merkte das und schien auch zu begreifen, dass sie sich so nicht effektiv gegen die angreifenden Geisterkrieger verteidigen konnte, weshalb sie blitzschnell zurückstieß und Tami an der Brust traf, und weil sie ihren Griff lockerte und Tami so heftig gegen die Wand geflogen wäre, dass für einen Menschen durchaus tödlich gewesen wäre. Doch dank seines Geisterdaseins und der damit verbundenen Körperlosigkeit flog er mitten durch die Wand hindurch, dass sie sich eigentlich in der Gasse hinter der Kirche hätte befinden müssen. Da der Schlag der Pflanze jedoch so heftig war, befürchte er Tami sogar durch ein Haus hindurch noch eine Gasse weiter, wo er Glück im Unglück hatte, da an der Gasse, die direkt hinter der Kirche lag, gerade ein Wächter eilig dabei war, um die Ecke zu Pforte zu biegen. Als dies ein kurzes, unerklärliches Suchen hinter sich hörte, welches von Tami stammte, der von der Kirchwand über die Gasse hin zur Hauswand schoss, um dann in dieser zu verschwinden, drehte sich der Wächter verdutzt um, blickte in die hohle Gasse und zuckte mit den Schultern, wo er ein kurzes von sich gab. Er sich umwandte und rennt seinen Weg fortsetzte. In den Gemächern des Priesters hingegen setzte sich der Kampf fort, die Geisterkrieger bekämpften die Sonnenblumen immer noch mit diversen Schwertangriffen und waren so sehr auf den Kampf fixiert, dass sie sich nicht um Tami kümmern konnten. Auf einmal war ein Lautstürm zu hören, auf dem das Geräusch von tausenden Flachsplittern zu vernähen war, die unsanft auf harten Boden prallten. Wir sind drin! Los! Alle Mann vorwärts! rief eine kräftige Männerstimme, die einen anderen Nachtwächter gehörte. Offenbar hatte sich die Wächterleitern besorgt und die bezaubernden Kirchfenster eingeschlagen, um auf diese Weise einzudringen. Lucy erschrak und wandte sich den Geräusch zu. Diese Unaufmerksamkeit machte sich eine der Blumen zunutze, die just in diesem Moment auf Lucy zuschnellte. Sie wäre wohl sehr hart getroffen worden, wenn nicht einer der Geistergegerinnen vor sie gesprungen wäre und die Attacke der Blume mit einem beherzten Schildschlag abgewehrt hätte, dass sie auch ein paar Meter zurückgeworfen wurde auf das Bett vom Priester. Lucy wandte sich aufregt zu der Geisterkriegerin um und konnte ihren Augen kaum glauben. Der Priester lag mit Angst verzerrten Gesicht leblos und bleich in der äußersten Ecke seines Bettes. Offenbar hatte das schattenhafte Wesen, das nirgends mehr zu erspähen war, ihn wortwörtlich zu Tode erschreckt. In der Aufregung des Kampfes hatte offenbar keiner bemerkt, was geschehen, obwohl die Gestalt verschwunden war. Lucy war kurz perplex, doch als sie erblickte, dass der Stängel der Sonnenblume erneut vorschnellte, fasste sie sich wieder und sprang eilig Richtung Bett, vor dem sie landete, ohne getroffen zu werden. Sie packte die Geisterkriegerin am Arm und zog sie hoch. Als sie wieder aufrecht stand, war ein lautes Knirschen von der Tür zu hören. Geht, wir halten die Herstellung, sprach die Geisterkriegerin etwas angeschlagen. Lucys Augen weiteten sich, als sie sprach, Ich soll euch zurücklassen? Kümmert euch um Tami, ihr müsst eine Lösung finden, ehe es zu spät ist. Aber... brachte Lucy hervor. In ihrer Stimme war Unsicherheit zu hören, als sie plötzlich ein lautes Krachen hörte und sich zur Tür umwandte und an den kämpfenden Kriegern vorbeischaute. Ein Loch klaffte im gesplitterten Holz der Tür. Sie würde wohl nicht mehr lange den Attacken der Wachen standhalten, die nun offenbar im B-Saal waren. Geht! rief die Geisterkriegerin mit Nachdruck, packte Lucy unsanft an der Hüfte und wirbelte sie Richtung Wand, durch die sie verschwand und sich so nun, noch leicht taumelnd, in der Gasse befand. Als die Geisterkriegerin ihr Schwert, das bis dato noch auf dem Bett lag, ergriff und sich mit einem Kampfschrei tapfer Umtrete und eilig losstürmen wollte, stockte sie abrupt mit gehobenem Schwert vor Verwunderung. Alles, was sie sah, waren ihre Geisterkrieger-Kameraden, die ebenfalls vor Wunderten Raum standen. Von den Sonnenblumen war nichts mehr zu sehen, so als wären sie wie vom Erdboden verschluckt. Wie es das Schicksal so wollte, brachen die Wachen genau in diesem Moment durch die Türen durch, denen ein lauten Krach aus den Angeln fiel, wobei das Holz ächzend auseinander splitterte. Stehen geblieben! rief die Wache, die gerade als erste durch die Tür trat. Da sie edlere Gewänder als die anderen trug, musste sie einen höheren Gang als die anderen haben. Mit erstaunten, weit geöffneten Augen und ebenso weit geöffneten Mund stand die Wache im Raum und betrachtete die gespenstische Meute. Mit dem zweiten Blick konnte der Wachmann erkennen, dass der Priester tot auf dem Bett lag, vor ihm stehend eine Geisterkriegerin mit erhobener Klinge in der Hand. Überrascht blickten die Geister den Mann an und der Mann blickte überrascht zurück. Mit Geistern hatte er nicht gerechnet. So verharrten alle Anwesenden einige Sekunden wie eingefroren im Raum, ihr einige Wachen nachströmten und in den Raum getraten und ebenso verwundert die Zähne zu betrachten. Dann raffte sich die edelgekleidete Wache auf und sprach vorsichtig. Ich bin Hauptmann Klops. Im Namen des Samantha-Herzogtums fordere ich euch sofort auf, alle paranormalen Aktivitäten einzustellen und euch zu ergeben. In seiner Stimme erklang Angst. Warum? tönte die Geisterkriegerin. Der Hauptmann schluckte, aber versuchte, seine Angst zu unterdrücken, als er antwortete, Ihr habt den Priester getötet. Bis darauf steht die Todesstrafe. Sehe, Sie sind schon tot. flüsterte eine Wache, die sich hinter dem Hauptmann fand und sich nach vorne lehnte. Still! ordnete der Hauptmann streng an. Wir haben mit dem Mord nichts zu schaffen. Wir wollten ihn bloß sprechen, weil wir Hilfe brauchen. antwortete die Geisterkriegerin. Der Hauptmann lehnte sich zurück und flüsterte zu der Wache, die ihm vorhin angesprochen hatte, Ich glaube denen kein Wort. Beschafft mir ein Priester. Gleich eben an ist doch das Pfarrhaus. Da müsste doch der alte Pfarrer Rayleigh sein. Er hat schon einige Exorzismen hinter sich. Kann bestimmt helfen. Der Wächter nickte und drängte sich nach draußen, während der Hauptmann sich wieder den Geisterkriegern widmete und sprach, Das kann ja jeder behaupten. Wer sonst soll es gewesen sein? Das wissen wir nicht genau. Er war bereits tot, als wir hier eindrangen. Wie passend. Ich finde eine Geistermeute, die bis an die Zähne bewaffnet ist, in einem Raum, der durch eine Tür und eine massive Pforte verriegelt ist und in der ich einen toten Priester erblicke und dann behauptet ihr, ihr werdet sich gewesen, wobei niemand anderes hier zu sehen ist. Aber es ist die Wahrheit, antwortete die Kriegerin. Die Angst des Hauptmanns wischte im Zorn, als er seine Klinge zog und rief, Von wegen Wahrheit! Verspucken wollt ihr mich! Los Männer! Attacke! Daraufhin zogen die Wächter die Waffen und fochten mit den Geistern. Die Geister wehrten sich entsprechend und waren vor der Zuversicht, denn sie wussten, dass eine gewöhnliche Klinge aus Stahl sie nicht verletzen konnte. Aus diesem Grund mussten sie auch nicht auf ihre Verteidigung achten und ließen die Klinge ihrer Gegner einfach unbehelligt durch ihren Spektralkörper fahren, während sie selbst heftig austeilten und so nach einigen Minuten die Zahl der Wächter auf zwei Dutzend dezimiert hatten. Verängstigt ob der unverletzbaren Gegner reihten die Wachen samt den Hauptmann in den Bettsaal und die Geister folgten. Zu spät stellten die Geisterkrieger fest, dass sie in eine Falle gelaufen waren, denn als sie etwa die Hälfte des Bettsaals hinter sich gebracht hatten, öffneten die Wachen von innen die massive Pforte, hinter der der alte Priester auftauchte, der bereits am Beten war. Rückzug! rief einer der Geisterkrieger, woraufhin alle abrupt anhielten und sich umtreten, um eilig auf das Priesterzimmer zuzuschweben, doch es war bereits zu spät. Der Priester vollendete sein Gebet und sofort schlopfen auf seinen aufsteckenden eilige Lichtstrahlen, die den ganzen Raum erfüllten und ein goldenes Licht tauchten, in dem sich die Geister restlos auflösten. Nachdem sie samt dem Licht verschwunden waren, kniete sich der Priester erschöpft zu Boden und stützte sich dabei auf seinen alten Gehstock. Der Hauptmann eilte zu ihm, griff ihn unter die Arme, half ihn hoch und fragte erschöpft, »Euer Gnaden, ist alles in Ordnung?« Der Alte nickte und sprach röschelnd, »Ja, aber ich werde für so etwas so langsam zu alt.« Der Hauptmann nickte und antwortete, »Auf jeden Fall, danke für eure Hilfe. Es tut uns leid, euch so spät noch gestört zu haben, aber es war ein Notfall.« »Ich wünschte, ich wäre eher hier gewesen. Vielleicht hätten wir so den Tod eurer Männer und meines Nachfolgers verhindern können, wenn du Gott ihrer Seele gnädig sei.« »Das hoffe ich doch. Es waren gute Männer. Schon morgen werde ich dem Herzogbericht erstatten. Die Überfälle der Geister werden immer schlimmer. Ihr dürft gehen.« Er gab dem Priester die Hand und schüttelte sie vorsichtig, aus Angst die alten Knochen mit seinem muskulösen Griff zu zerbrechen. Der Priester verabschiedete sich mit trauriger Miene und zog sich in sein Pfarrhaus zurück, während der Hauptmann sich zu seinem Leutnant drehte und erleichtert sprach, »Es ist überstanden. Die Nacht war, hat heute gute Arbeit geleistet.« Seine Miene verfinsterte sich, als er mit trauriger Stimme und gesenkten Kopf weitersprach, »Diese verdammten Geister. Warum bloß? Warum mussten Sie unsere Männer töten? Nun, vielleicht werden wir es nie erfahren.« Er hob seinen Kopf und fuhr fort, »Alle Männer wieder zurück auf ihre Posten. Ich kümmere mich um die Toten.« Die Männer nickten und drängten sich an den Mann vorbei durch die Pforten hindurch, sodass der Hauptmann zurückblieb und zornig zu sich selbst flüsterte, »Das werden Sie mir büßen.« Untertitelung des ZDF,